110 Euro für die EAFC 24 Ultimate Edition? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich finde 110 Euro für ein Playstation Spiel, was man ein Jahr spielt im Idealfall, etwas teuer. Und genau deshalb zeige ich euch, mit welchen Tricks ihr bei EAFC 24 bis zu 20 Euro sparen könnt. Und natürlich gibt es am Ende noch ein FC Points Gewinnspiel, damit ihr einen möglichst guten Start in den neuen FIFA Teil habt. Die Tipps, die ich euch jetzt zeige, funktionieren natürlich auch, wenn ihr euch die Standard Edition vorbestellen wollt. Aber ich muss sagen, die Ultimate Edition, wenn ihr wirklich FIFA bzw. EAFC sucht, lohnt sich deutlich mehr, weil ihr könnt einfach sieben Tage eher dieses Spiel spielen, also ab dem 22. September. Heißt, wenn die Standard Edition rauskommt und die anderen anfangen zu spielen, habt ihr schon einen ganz klaren Vorteil. Am Ende des Tages entscheidet ihr natürlich, welche Version ihr holt. Ich will euch da gar nicht beeinflussen, deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, holt ihr euch die Standard Edition oder die Ultimate Edition. Wenn ihr FIFA 23 habt, öffnet mal das Game und geht hier in den Menübildschirm und ihr seht hier rechts die verschiedenen Banner. Und ein Banner ist da, der heißt Sei dabei. Und wenn ihr jetzt R3 auf eurem Controller drückt, kommt ihr direkt zur EAFC 24 Ultimate Edition. Und ihr seht hier unten, wenn ihr FIFA 23 gekauft habt, bekommt ihr 10% Rabatt auf das neue Spiel. Das heißt, ihr müsst hier schon mal nur, in Anführungszeichen nur, 98,99 Euro zahlen. Falls ihr kein FIFA 23 habt, ist das auch nicht schlimm. Dann geht ihr nämlich einfach in den Playstation Store und gebt oben bei der Suche EA ein. So, das machen wir mal eben. Und dann kommt auch schon hier unten EA Play und da drückt ihr drauf. Wichtig, ihr entscheidet euch natürlich nicht für die 24 Monate, sondern für den einen Monat für 3,99 Euro. Dieses Abo schließt ihr ab. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr direkt in die Einstellungen unter Benutzer und Konten. Dann auf Konto und ganz, ganz wichtig, dieses Abo könnt ihr dann auch direkt wieder kündigen, damit ihr das nicht vergesst. Dann geht ihr unten hier auf Abos und wenn ihr EA Play habt, dann könnt ihr das hier auch direkt wieder kündigen. Und wenn ihr jetzt das Abo habt, bekommt ihr die Ultimate Edition auch für 98,99 Euro und die Standard Edition für 71,99 Euro. Aber wie gesagt, die EA Play braucht ihr nur, wenn ihr euch die Standard Edition günstiger holen wollt oder ihr halt vorher nicht FIFA 23 gespielt habt. Ansonsten kriegt ihr ja die 10% Rabatt automatisch. 11 Euro Rabatt klingt schon mal gut, aber da geht noch was. Und zwar bezahlen wir diese knapp 100 Euro mit einer Guthabenkarte, die wir uns günstiger kaufen. Und zwar gibt es bei MMUGA 10% auf Guthabenkarten. Heißt, wir bekommen 100 Euro Guthaben für knapp 90 Euro. Um zu den Guthabenkarten mit 10% Rabatt zu bekommen, klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Dann kommt ihr auf diese Seite hier und könnt hier oben entweder PSN oder auch Xbox Guthabenkarten oder auch alles andere euch bestellen. Seht schon hier, 10% Rabatt. Könnt euch dann die Karte hier direkt per Paypal oder per andere Zahlungsmethode kaufen und bekommt in 5 bis 10 Minuten die 100 Euro Guthabenkarte für 89,99 Euro. Heißt, wir bezahlen zum Beispiel für die Ultimate Edition nicht 110 Euro, auch nicht 99 Euro, sondern nur 90 Euro. Ich will ehrlich zu euch sein, natürlich habe ich auch was davon, wenn ihr über meine Link bestellt. Und genau deswegen möchte ich das aber mit euch teilen. Die Hälfte von dem, was ich über diesen Link einnehme, möchte ich euch am Anfang von EAFC24 in Form von FIFA Points beziehungsweise dann FC Points als kleine Starthilfe wiedergeben, damit es für uns alle eine Win-Win-Situation ist. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ja, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Lohnt sich natürlich für euch, wenn ihr im nächsten FIFA-Teil auch wieder Millionen Coins mit mir traden wollt. Und es wird natürlich auch die ein oder anderen Tipps noch geben, wie ihr Smart FIFA beziehungsweise dann EAFC24 spielen könnt. Vielen Dank.